Hey, meine Rabeauken, herzlich willkommen zum Ohrfeigen Simulator. Wir können uns hier verschiedene Handschuhe ausrüsten, die Ohrfeigen super Kräfte haben und damit die Leute Ohrfeigen und gucken, was passiert. Es gibt sehr wilde Dinger, wie ihr hier unschwer kennen könnt. Wir beginnen aber mit dem ersten, der kostet nämlich null Schläge. Und den haben wir jetzt ausgerüstet. Den ersten schalten wir frei mit 45 Schlägen. Der hat dann ein bisschen mehr Power, ein bisschen mehr Speed und auch... Ich hab einen Forzblaster mit E. Okay, den müssen wir direkt mal benutzen. Gehen in die normale Arena und Abfahrt. Okay, hier sind die ersten. Oh Gott, das sind schon komplette Pro... Oh, Abstand, Kollege. Ohrfeige. Junge, hab ich den eine... Ich hab den so eine gegeben, Alter. Oh! Was ist das? Äh, ich hab... Ähm... Sag mal, war das meine eigene Fähigkeit oder... Nee, das sah aber nicht sehr Forzblaster-mäßig aus. Ah. Habt ihr gehört? Das kann gar nichts. Das ist komplett sinnlos. Wieso heißt das? Junge, das ist so OP, Alter. Wieso hittet mich dieser Bus jedes Mal? Junge, ich muss hier Schellen verteilen, Alter. Aber ich hab cool da, aber kann ich spammen. Ist auch besser so. Sonst endet das wieder wie bei dem anderen Spiel, wo dieser andere Hacker mit... Der hat einen Dream-Handschuh, der kriegt eine extra Pfeife. Aus dem... Ey, wenn ich einen runterschlage, Bonuspunkte vielleicht oder so? Junge, ich geb den so dem Bacon her. Der kriegt von mir so eine Packung, Alter. Boom, Junge. Hä? Handyspieler wieder am Start. Links, rechts kriegst du von mir. Bam, 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 bam. Und jetzt gibt mir da einen Eifung. Haha. Sorry. Ich hab mich da etwas reingesteigert gerade. Admin? Jaja, ich bin Admin. Genau, mir gehört das Spiel. Und wenn du mich... Junge, hör auf mich zu schenken. Ich bin Admin. Aber es gibt einen Bann, Alter. Eine Bann-Klatsche gibt es da, nämlich. Oh Gott, da kam schon wieder der Bus. Man muss ja so aufpassen, ne? Meine Güte, ey. Der eine kennt mich, schreibt Hey Ben. Und eine Millisekunde, Ben. Oh Gott, was ist denn jetzt los? Öh. Ah, der hat... Nein, 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 Johnny. Ja, besser ist auch Johnny. Wirklich. Mein Gott, ey. Johnny, du bist laut deinem Namen acht. Ich weiß aber nicht, ob so ein Ohrfeigen-Spiel, wo du Leute zusammenprügelst, so unbedingt das Richtige jetzt hier gerade auch für dich ist. Weiß ich nicht. Du kriegst alle eine Kombo von mir links-rechts. Ja, ich hab eh schon. Ich hab schon 100 freigeschaltet. Ich will gar nicht... Was ist denn das hier? Kann ich hier ein Secret freischalten? Das sieht mir sehr Secret-mäßig aus. Das ist... Hey, nerv... Junge, hab ich die weggescheppert. Der hat richtig geschrien. Habt ihr das gehört? Der Nächste. Ja, nee, komm Johnny, Alter. Das ist auch einfach nicht mehr witzig. Wo ist Johnny? Ah, der heißt hier wieder anders. Man, seit es diese Benutzernahmen-Rogles gibt, kann man sich die Leute nicht mehr auseinanderhalten. So, was kaufen wir denn jetzt? Ey, wir können Skipper machen, ne? Aber wir wollen natürlich trotzdem testen. Stone Age. Okay, hat ein bisschen mehr Power. Ein bisschen mehr Speed auch. Ah, das heißt, ich kann schneller schlagen, oder? Maybe? Okay, Ability. Wir haben Stone Age. Ich mach mal. Bööö. Ah, damit kann ich mich saven, oder was? Wo bin ich so langsam? Kollege. Oh Gott, hä? Eine Competition. 100 Schläge Belohnung. Da sind wir noch nicht bereit für. Wir haben ja noch nichts freigeschaltet. Wir machen weiter. Wir haben 105. Wir skippen den. Wir haben eine geheime Zeit dafür. Okay. Ability Reach. Passiv. Das heißt, wir haben eine größere Reichweite. Oh, das ist... Oh, das ist tatsächlich sehr geil. Da lass uns mal los. Ohohoho. Fühle ich anders. Geiles Teil. Komm ran, Alter, mit deinem roten Iron Man. Gut, aber ich muss natürlich... Ist es auch irgendwie gar nicht so leicht zu treffen. Tatsch, die hat so eine Backpfeife gekriegt, Alter. Ui. Den schnappen wir uns. Komm her. Oh, das ist schon illegal, ne? Die kannst du ja komplett auf Distanz halten. Johnny hat da so eine gegen Hinterkopf bekommen. Double Combo. Triple Combo. Oh nein, jetzt hab ich eine gekriegt. Ja, das Ding hat auch Schwächen. Wenn die einmal zu nah dran sind, dann kann ich die nicht mehr hitten. Der seht ihr... Oh Gott, nein. Der hat irgendeinen Gotthandschuh. Wer war das von denen? Ah, Johnny die ganze... Nee. Hä? Keiner läuft. Doch da, Johnny. Junge, der arme Christian kriegt da komplett auf den Sack, ey. Ja, für so Kombos ist das Teil jetzt nicht so geeignet irgendwie. Alter, das ist schon sehr geil irgendwie. Oh. Bup. 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 Ah. X-Drot. Was ist der? Ist das ein Profi? 3000er. Da kommt er auch noch hin, Leute. Keine Sorge. Bup. Bup. Junge, ich hab da so coole Dinger. Bup. Weg. Das war ein Doppelhit, denke ich. Boah, Alter. Das hat gescheppert. Bup. Boah, ich hab eine krasse Koffe. Boah, ist das laut mit diesen Goofy-Typen. Ey. 210. So. Da sind wir... Oh, der sieht krass aus. Okay, da sind wir hier bei dem gelandet. Bam. Okay. Slow Enemy Passiv. Power 48. Boah, die Power ist schon krass, ne? Die werden halt immer stärker. Jetzt machen wir die Gegner langsamer. Aber so als Passiver halt, ne? Oh Gott. Der hat da was... Der hat da einen Legostein verloren. Ja, du Fortnite-Skin, ne? Würdest du dich mit mir anlegen. Aber nix da. Jetzt machen wir den hier. Okay, der hat mich komplett outplayed. Kenne deine Moves, Alter. Und da kriegst du eine Klatsche, ne? Nämlich. Mann, die springen, ne? Das sind das Profi-Server hier. Oh Gott. Boah, ich seh jetzt aber wild aus, ne? Guckt mal. Ich seh komplett wild aus hier. Richtiger Action-Film-Movie, den ich hier abziehe. Ja, wir kommen gerade nur langsam voran. Und da muss man... Ja. Verdammt. 400. Da sind wir angelangt bei Power 50. Boah, da haben wir den übersprungen. Oh, passiv. Teleport-Tipp. Boink. Was ist denn? Boink. Ich vermute, ich springe. Ne. Das nur passt. Ah. Ja, okay. Das bringt ja gar nichts. Wir sind ja in einem... Was ist das denn? Die haben ja irgendwelche Cooldowns. Das ist... Das ist auch... Das hatte ich vorhin auch. Das ist von irgendeinem Handschuh. So ein Special-Ding. Spezialer Mente. Ne, nervig. Lassen Sie das bitte. Wieso haben denn alle... Die haben auch schon 60.000 Dinger, ey. Die haben schon mehr Ohrfeigen verteilt, als... Ich Videos gemacht habe. Und zwar viel mehr. Aua. Boah, Bus haarscharf, ey. Ich denke, dieser Bus ist gar kein Haarscharf. Bruder, du hast mich nicht mal berührt. Er ist eine Steinkugel. Kann man den jetzt noch boxen? Ja, kann man. Hahaha. Du hast ja gar nichts gebracht, Kollege. Deine Steinkugel. Boom. Boom. Junge, mich haut es so weg. Das sind doch... Aber... Das sind doch Robuxen gekauft, ey. Ich müsste jetzt mal recherchieren, was die da für einen Handschuhl die ganze Zeit haben. Der mich da so komplett wegknallt. Das ist irgendwas Weißes. Und der könnte es sein. Jetzt muss es richtig starker sein. Hier hinten irgendwo. Junge, es gibt so heftige Dinger. Das ist der hier, oder? Gotts Hand. 14.000. Ja, das haben ja auch vier auf dem Server. Ach, man sieht ja, welchen die haben. Seht ihr, die haben Gotts Hand? Der hat Killstreak. Was kann Killstreak? Lass mich mal kurz... Killstreak, Killstreak. Killstreak ist relativ schlecht. Ah, hier Killstreak. Soul Snatcher. Okay, das ist das, was wir vorhin gesehen haben, wo die ein Zeichen über dem Kopf haben. Hier ist Dream. Hier ist eine E-Mail. Golden. Bumerang. Weltall. Anker. Magnet. Auch geil. Ey, Kollege. Wir können aber auch aufwerten, denke ich, oder? Warte mal. 460. Ja, wir können das jetzt hier machen. Swap Position. Naja, ist immerhin besser als höher springen, sage ich mal, ne? Jetzt können wir halt diesen machen. Zack. Jetzt habe ich einfach mich mit dem gedreht. Hat mir jetzt an der Stelle auch gedacht, ach, jetzt kann ich niemanden hitten, ne? Ach, doch, kann ich. Dieses Seelending verstehe ich nicht ganz. Ja, der kann mich ja nicht mal hitten bei der Fähigkeit, aber er wird mich jetzt sofort hitten, wenn ich den jetzt weghitte, bin ich ein kompletter Pro-Gamer, Leute. Ah, 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 Johnny. Da guckst du blöd aus der Wäsche, ne? Jetzt will mir eine andere Backpfeife bekommen, Alter. Junge, der fliegt immer noch. Junge, der ist ja komplett weggeflogen. Zack, weg. Ja, komm, stand 10 Meter weg, du Hacker. Mit deinem komischen Killstreak. Wofür mache ich die jetzt alle? Bam. Wir sind jetzt so verbunden, ne? Guckt mal. Weiß nicht genau, was das bedeutet. Unsichtbar. Aha. Was ist denn das jetzt hier? Ich bin grad unsichtbar. Ich will nicht Slapping Contest. Komm, sehr. Oh, der hat den auch den Handschuh. Wir machen mit beim Turnier. Ich beliebe. 100 Schläge ist aber eigentlich fast nix, ne? Aber wir schaffen das schon, Leute. Wir sind zu viert. Ist ja irgendein Profi dabei. Ne, sieht mir nicht sehr. Oh, doch, der hier mit 13.000 Schlägen. Ja, moin. Aber er hat Default. Der hat nur Default. Ich hab Ghost. Ich kann mich unsichtbar machen. Aber man hat immer Default. Okay. Junge, Alter. Nervt nicht rum. Okay, es steht gleich. Ach so, es ist ein Alles gegen Alles. Oder wie? Also jeder gegen jeden, meine ich. Oder? Okay. Hat man so HP-mäßig oder was? Weiß ich nicht. Oder muss man sich einfach clean runterschlagen? Weiß ich nicht. Das war gut, das war gut. Aber er hat übergeleckt und mich trotzdem noch geht das. Bam. 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 Öh. Die Musik ist ja auch wild. Ich hab den hier so eine Kombo gedrückt, Alter. Der Arme. Okay, man muss auf jeden Fall runterschlagen. Das heißt, das kann sich hier um Ewigkeiten ziehen. Aber man sammelt ja auch gut Ohrfallen, sag ich mal, ne? Mit jedem Hit sieben Ohrfallen kriege ich. Ah, der eine hat den Dings runtergehauen. Guck mal. Komm, hau ihm den Rücken. Ja. Bam. Hey, die Team illegal. Junge, was ist das denn? Froschmann. Bin enttäuscht von dir. Nee, doch nicht. Team doch nicht immer zurück. Man muss halt immer in der Mitte bleiben. Das ist wichtig. Jetzt geben wir dem eine. Und noch eine. Und der geht an das Außenfeld. Das müssen wir ihn schön boxmäßig an den Rand treiben, Leute. Wir tänzeln um ihn. Er hat uns eine Kombo gedrückt. Das ist, glaube ich, Edmund oder so. Anders geht das ja auch nicht. Ja, okay, ich bin raus, Bruder. Leute, den haben wir komplett ausgetänzelt. Sag ich doch. So, 900. Jetzt können wir Thanos nehmen. Neh mal. Time. Ah, Time-Umkehr. Ach, dann werde ich so zurück teleportiert. Boah, Stun ist aber auch komplett krank, ne? Zahando für Tausend. Ne, wir machen erst mal Thanos. Für Thanos muss ja ein bisschen Zeit sein. Oh, der hat eine bekommen, ey. Was ist denn das für ein Sound? Was hat denn das mit Thanos zu tun? Ah, jetzt habe ich mich teleportiert. Guck mal, aber jetzt stand ich da quasi vor 10 Sekunden. Bam, hat nicht hinter sich geschaut. Okay, ich weiß auf jeden Fall schon mal. Was macht er denn jetzt? Der hat irgendwie so eine Naruto-Special-Attacke gemacht. Au, Junge, ich habe eine Bratwarte gegen Kopf bekommen. Nein. Ich weiß auf jeden Fall schon mal einen Trick. Man muss schlagen und dann reinrennen. Habt ihr gesehen, wie ich es gemacht habe? Man muss vorher, ich zeige noch mal. Ja, okay, das habe ich ein bisschen früher getrunken. Ich muss ein bisschen Dreh rausbekommen. Jetzt haben wir aber die Tausend voll gemacht. Das heißt, wir sind jetzt schon beim Zahando-Pull. Also anscheinend kann man jemanden ranziehen. Das wäre ja nicht ganz geil. Ranziehen und direkt die Ohrfeige. Müssen wir mal gucken, ob das so gut klappt. Äh, du? Was war das denn? Das sah ganz wild aus. Ey, warum bist du so schnell? Ja, das ist ein kompletter Pro-Gamer mit seinen Amogas. Der rennt hier mit Off-Ride-Roblox rum. Äh. Und go. Oh. Okay, ich verstehe meine Ability ehrlich gesagt nicht. Alter, man kann manchmal Leuten so... Der hat drei, vier Helps. Ah ja, chillig. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Wir kommen zwar schnell voran, aber mir kommt es wirklich sofort, als ob wir mit dem ersten Handschuh die dicksten Punkte gemacht haben. So. Zero Gravity. Also keine Schwerkraft. Okay, andocken. Keine Schwerkraft, aber irgendwie auch nervig. Aber hat halt... Nee, der hat mehr Power. Power 60. Ability Dock. Okay, also irgendwie andocken so. Anlegen. Anlegen, okay. Müssen wir mal gucken, was damit gemeint ist. Vielleicht, dass man sich so... Dass man nicht runtergeschlagen werden kann. Ah ja, siehste. Nee. Was macht denn das jetzt? Explodiert das? Du kriegst erstmal eine Klatsche von mir. Schau. Och, das sah heftig aus. Wartet mal. War das von mir? Bleiben Sie stehen, Amogas? Nee, war nicht von mir. Schade. Aber ich kann jetzt hier noch einen Anker platzieren. Ich weiß nicht, was mein Anker kann, ehrlich gesagt. Ihr schreibt, hey, ich krieg direkt, das war eine Pfeife. Oh, nein. Hey. Junge, hab ich den outplayed. Und Tschüss. Ah, ist das richtig. Verdammt. Die Dream-Handschuhe. Mal sehen, was können die überhaupt? Speedrun als Passive. Na, okay. Berühmt ist das Speedrun der Welt. Gucken wir mal, was der kann. Ah, meine Sonne... Oh, das ist aber stark, wenn man schnell ist. Das ist... Was ist... Hat er denn da am Start? Nee, nee, nee. Abstand halten wir da. Er sieht auch komplett gefährlich aus. Oh Gott, den hat der ja aus dem Universum gelöscht, so wie das aussah. Dream ist stark, tatsächlich. Du bist halt nonstop schnell. Das heißt, du kannst natürlich auch... Was ist eigentlich mein Rekord mit Schlägen hintereinander ohne Ge... Mann, ich hatte gerade drei. Okay, wir gehen wieder. Von dem Amogas-Typen halten wir uns fern. Das ist ein Pro-Gammer. Mann, man wird auch oft gegenseitig gehintet. Oh, ja, okay, komm. Wieder komplett die Süchtigen. Eins. Oh, der hat No Texture. Das ist auch cool. Missing Texture-Handschuhe 2. 2200 Schläge und wir können uns die Roblox Mail... Okay, Ability, eine unangemessene E-Mail. Also, da müssen wir mal gucken, was das bedeutet. Vielleicht können wir die schießen oder so. Wir testen mal. Drücken mal hier. You've got mail. I'll be back. Was hat das gemacht? Weiß ich nicht. Der hat doch... Der Junge, der hat einen viel besseren Thanos-Handschuh. Ich hatte irgendwie diesen billigen. Er hat diesen geilen. Weg. Er ist der Steinboy. Weg. Dreier-Kombo. Nein. Dieser Missing Texture-Handschuh muss irgendwie was Geheimes sein. Weil der steht hier nicht rum. Also, jedenfalls habe ich ihn nicht gesehen. Weder links noch rechts. Hier steht kein Missing Texture-Handschuh, den ich auswählen könnte. Ich meine, ich habe ihn wahrscheinlich eh nicht freigeschaltet. Aber unabhängig davon steht er auch nicht rum. Es muss ja also wohl geheime Handschuhe geben. Boah, Overkill wäre noch interessant. Overkill. Hot Touch. Komme nicht zu nah. Oh Gott, ich habe ihn nicht getroffen. Das war so peinlich. Tschüss. Er hat sich teleportiert. So treffe ich ihn ja nicht. Jetzt. Oh Gott, hat es den gehauen. Den hat es so weggehauen, Leute. Tschüss. Oh. Tschüss. Oh. Triple-Kombo. Quadro. Ah. Boom. Weg mit dir. Weg. Hey. Hallo, Nero. Brunsel dich bitte mal. Ich räume gerade ein bisschen. Oh nee, der hat da irgendeinen Move gemacht mit Teleport, ne? Iron Man oder so. Junge, das macht er nicht da drin. Er ist komplett unsterblich jetzt einfach. Oh, weg. 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 Haha. Junge, den einen habe ich so weit weggeprügelt. Der hat direkt... Eiter Junge. Das hat Auto-Aim. Ich wollte es mir angucken. Ja, okay. Computerkopf ist anscheinend auch der beste Spieler, der... Nein. Aber ich so langsam war. Das war Slap Battles in Roblox. Ich hoffe sehr, es hat die Folge gefallen. Abonniert auf jeden Fall den Kanal und lasst ein Like. Da werden die restlichen Ohrfeigen... Oh. Ja, okay. Das war ja die illegalste Ohrfeige, die ich je gesehen habe. Naja. Lasst eine positive Wertung und ein Abo da. Wichtig. Abonnieren, um zu dem Benzern beizutreten, um mich auf der Reise zu 2 Millionen zu unterstützen. Klickt jetzt auf das Video, um direkt zum nächsten Teil zu kommen. Bis gleich. Euer Benzern. Ciao.